Was geht ab Leute, Zane ist wieder da, heute mit einer neuen Analyse und zwar zu Dressrosa. Wir werden ein bisschen auf die Story eingehen, aber auch auf Dressrosa im Allgemeinen und wir wollen nicht lange fackeln und direkt loslegen. Dressrosa ist ein Königreich in der neuen Welt, welches mit der Insel Greenbit verbunden ist. Es wird als Land der Liebe und der Spielzeuge bezeichnet. Ja, also vieles ist daran ja an Spanien angelehnt, an Dressrosa. An Spanien ist ja auch das bekannte Land der Liebe. Deswegen macht das schon mal Sinn und Spielzeuge darum, weil die Donquishot-Familie bzw. die Donquishot-Piratenbande dort aufgetaucht ist. Und sie haben ja Sugar in der Bande, die halt eben Menschen in Spielzeuge verwandeln kann und diese somit versklaven kann. Deswegen Leidenschaft und Spielzeuge. Dressrosas erste Könige waren die Donquishottes. Wow, jo. Du Flamingos Vorfahren waren die Könige des Dressrosa Königreichs. Das heißt, Dressrosa hat damals gegen das antike Königreich gekämpft und war vermutlich auch eines der 20 Gründungsmitglieder. Bin ich mir recht sicher sogar. Irgendwann später gingen ja die Donquishottes nach Mary Joa, wurden eben somit dann Aristokraten, also die Teneriobitus und Dressrosa war halt alleine. Daraufhin hat dann die Familie von König Riku das Ganze übernommen. Und sie haben einiges, einiges geändert. Denn die Donquishottes haben die Tontatas versklavt. Die Tontatas waren kleine, wenige Elfen, die auf Dressrosa lebten. Die Familie von König Riku befreite diese und schenkte ihnen das Leben wieder. Aber keiner der heutigen Bewohner weiß wirklich über die Tontatas Bescheiß. Man weiß nur, dass immer mal wieder Sachen fehlen. Denn die Riku-Familie hat sich entschuldigt und hat gesagt, hey, wenn ihr mal irgendwas braucht, nehmt's euch einfach. Deswegen wundert sich in Dressrosa auch keiner, wenn irgendwie mal was verloren geht, beziehungsweise was geklaut wird. Das wäre das Land der Träume, was Räuber angeht. Ich meine, die könnten klauen und klauen und klauen, ohne dass sie in irgendeiner Form eine Strafe zu erwarten haben. Auf jeden Fall gibt es in Dressrosa ein riesiges Kolosseum, wo es Kämpfe zwischen Gladiatoren gibt. Möglicherweise haben die Donquishottes damals aus Belustigung errichtet und die Ds am Leben gelassen, damit sie sich dort bekämpfen. Ich meine, stellt euch das mal vor. Dressrosa als eines der 20 Gründungsmitglieder kämpft gegen das antische Königreich. Sie besiegen sie. Die 5 Weißen, beziehungsweise die Weltregierung wollte damals sicherlich alle Ds töten. Aber die Donquishottes waren ja so egoistisch und eingebildet. Die haben ein paar von denen gefangen gehalten, haben sie mit nach Dressrosa genommen und haben sie in ihr Kolosseum gestopft, damit sie sich gegenseitig töten. Einfach nur die Belustigung halber. Jetzt überlegt euch mal, es könnte also dementsprechend möglich sein, dass die Donquishott Familie dafür verantwortlich ist, dass die Ds überhaupt überlebt haben in der neuen Story. Das heißt, es könnte sein, dass Donquishott de Flamingos Familie auch dafür verantwortlich ist, dass es Leute wie Roger und Ruffy gab. Dass sie also eigentlich das Leben den Donquishott zu verdanken haben. Und dass somit überhaupt diese ganze Geschichte mit Roger und mit Ruffy und so überhaupt ins Rollen kommt. Das wäre halt schon ein geiler Storyblatt. Also man muss sie einfach mal geben. Ja, auf jeden Fall. Eine Legende im Kolosseum war Kyros. Er wurde dorthin gebracht, weil er zwei Männer tötete. Kämpfte dann im Kolosseum, wurde niemals besiegt, ging als Legende ein und irgendwann sagte sich König Riku, Hey du, bist du gar nicht so schlecht, werd Kommandant meiner Armee. Und so machte Kyros es auch. Problem an der Sache, König Riku hat eine Tochter namens Scarlet. Sie lernte irgendwann Kyros kennen und sie verliebten sich ineinander. Problem, eine Prinzessin sollte sich nicht auf einen Kommandanten der Armee einlassen. Vor allem nicht, wenn er vorher zwei Männer tötete. Ja, sie liebten sich. Deswegen täuschte Scarlet halt einfach mal eiskalt ihren Tod vor. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Was bei Scarlet leider nicht ganz so lange war. Aber aus der Liaison heraus entstand eine kleine Tochter und zwar Rebecca. Die vollblusige, nicht vollblusige, sondern vollbusige Tittis und so. Vollbusige Gladiatorin. Ja, auch sie kämpfte später irgendwann im Kolosseum. Konnte nicht wirklich richtig kämpfen, also nicht megamäßig. Hat mehr pariert und ausgewichen, damit sie halt die Leute auf die Fresse haut oder aus dem Ring haut. Und so gewann sie halt ihre Kämpfe. Ja, war in Ordnung. War okay. Sie sieht geil aus. Tut mir leid. Das reicht. Mehr als große Tittis brauchst du nicht in Animes. Irgendwann in der Story, etwas vor der heutigen Story, übernahm Doflamingo wieder Dressrosa. Das heißt, er nahm seinen alten Sitz wieder. Denn ursprünglich, wie gesagt, waren ja die Donquishots die Herrscher von Dressrosa. Und das machte er mit einem ganz perfiden Plan. Und zwar, König Rico wurde eigentlich von den Bewohnern geliebt, weil er ein herzensguter König war. Ja, bis Doflamingo kam. Denn Doflamingo nutzte seine Teufelsfrucht als die Menschenmanipulation und brachte Rico dazu, dass er halt seine eigenen Leute umbringt. Das haben die Bewohner nicht gerne gesehen. Dann mischte sich Doflamingo ein, kam als strahlender Held, besiegte King Rico und wurde dann von den Bewohnern akzeptiert als neuer König. So einfach ist das. Ja, warum auch nicht. Ja, und dann griff er auch seine Familie wieder vor. Er fand die Tontatas und versklavte sie schon wieder. Die armen kleinen Dinger. Immer wenn die Donquishotis kommen, werden sie versklavt. Und er zwang sie dazu, Smiles zu produzieren für ihn und sie zerklauen. Das heißt, durch die Tontatas konnten überhaupt Smile-Früchte gemacht werden, weil die haben irgendwie mega Kenntnisse, was Pflanzenwachstum und so angeht. Und Smiles sind ja auch nur Früchte, die auf Pflanzen, also auf Bäumen und sowas wachsen. Naja, ganz komisch. Auch Maren Nolan war mal auf Dressrosa, auch eine interessante Sache. Seitdem wird er von den Tontatas gefeiert. Und zwar die Geschichte mit Maren Nolan auf Dressrosa ist angelehnt an Gullivers Reisen. Also ein Riese, der halt auf die Insel der Kleinen kommt und gefesselt wird und pipapo und sich mit den Kleinen anfreundet. Und Lissop hat sich das natürlich gleich mal zunutze gemacht und sagt, er sei ein Nachfahre von Maren Nolan und zwar Yusseland. Meine lange Nasen hatten sie beide. Ne, halt. Maren Nolan hatte keine lange Nase, er hatte eine dicke Knollennase, oder? Das muss ich mir nachher nochmal genauer angucken. Ja, gut. Wie gesagt, irgendwann kam die Strohbande auch nach Dressrosa, weil sie diese Clown, den sie auf Punk Hazard gefangen genommen haben, an Doflamingo übergeben sollten, wollten, wie auch immer. Das hat alles absolut nicht funktioniert. Am Ende kam es zum Kampf gegen die Donkey Shot Piratenbande. Und dieser Kampf war wirklich episch, also jeder einzelne von denen. Sei es jetzt Frankie gegen Senior Pink, was ein mega geiles Männerduell war, oder auch Ruffy gegen Doflamingo am Ende. Also es war Hammer. Wir haben viele neue Informationen auch während dieser Kämpfe bekommen. Zum Beispiel was Lost Frucht angeht, die Eternal Youth Surgery, die er drauf hat, wo er ein unendliches Leben machen kann. Doflamingo brachte auch den spannenden Satz zusammen mit Lost Teufelsfrucht und dem Schatz von Mary Joa. Könnte er die Welt regieren? Puh, lässt auf einige spekulieren. Jetzt kann man ja jetzt viele Theorien drumherum bilden und so viele Theorien gibt es auch im Netz. Ja, einige. Was haben wir noch so alles mitbekommen? Ruffy hat seine Gear 4 Form gezeigt, mit der er dann gegen Doflamingo gekämpft hat, mit einem epischen Panel, wo es dann auch so Haki aufeinanderprallen und schwarze Blitze überall. War auch schon ein Megakampf. Wir haben von Doflamingo das Awakening, seinen Teufelsfrucht gesehen, beziehungsweise dort hat man zum ersten Mal vom Awakening wirklich gehört und Doflamingo hat es auch erklärt, dass man halt dann seine Umgebung auch beeinflussen kann. Das heißt, er konnte in dem Moment nicht nur Fäden aus seinen Händen schießen, nein, Gebäude und sowas haben sich auf einmal in Fäden verwandelt und haben halt Ruffy angegriffen. Daraus kam dann die Theorie, dass Ruffy's Awakening wohl auch ähnlich so wäre, auch wie bei Katakuri zum Beispiel, dass sich alles drumherum in Gummi verwandeln würde. Ja, ich verstehe es. Ich meine, bisher hat man noch kein anderes Awakening gesehen, außer eben dieses. Und man könnte sich auch gut vorstellen, dass sich dann Ruffy von Gebäude zu Gebäude, wie so eine Art Flummi, Flummiball, auf die Gegend zustößt. Ähnlich wie Bellamy es zum Beispiel damals gemacht hat, aber ich weiß es ja nicht. Also irgendwie von Ruffy's Awakening erwarte ich mir schon ein klein wenig mehr, so ein kleines, kleines bisschen mehr. Oder? Ach ja, ach ja. Es gab auch schöne Kolosseumskämpfe zu sehen, weil Ruffy hat natürlich im Kolosseumskampf teilgenommen, denn der Hauptpreis, den es dort zu gewinnen gab, war die Mera-Mera-Nomie von Ace und die wollte er natürlich haben. Die Kämpfe waren auch wirklich sehr spannend. Wir haben einige lustige Charaktere gesehen, die sich dann später den Strohhütten in der Stroh-Allianz angeschlossen haben. Doch am Ende konnte Ruffy nicht weiterkämpfen, weil sich Sabo eingemischt hat. Und ja, Sabo ist einfach mal auf Dressrosa aufgetaucht. Keiner hat mehr mit dem gerechnet gehabt. Für alle, die jetzt gerade nicht mehr genau wissen, wer Sabo war, das war der tote Bruder von Ruffy, der als kleines Kind gestorben ist. Ja, der ist mittlerweile Revolutionskommandant mit über 600 Millionen Barry Kopfgeld. So kann es gehen, so kann es gehen. Diese hat sich dann als Ruffy verkleidet oder Lucy, wie sie sich da genannt haben und hat für Ruffy weitergekämpft und hat am Ende auch die Mera-Mera-Nomie in einem Kampf gegen Jesus Burgess gewonnen. Ja, auch Jesus Burgess war vor Ort. Er wollte die Mera-Mera-Nomie haben. Und da kam es auch zu einer lustigen Situation, als dieser Ruffy, glaube ich, angriff mit einem Messer und halt seine Teufelsfrucht holen wollte. Und seitdem gibt es ja diese Theorie, dass man mit dem Messer irgendwie das Herz raus schneidet, isst und dadurch hat man dann Teufelsfrucht. Only time will tell. Let's see. Interessant ist auch, dass die Frauen auf dieser Insel sehr, sehr eifersüchtig sind. Und ich meine wirklich sehr, sehr eifersüchtig, denn wenn ein Mann eine Frau auf Dressrosa betrügt, sticht sie ihn einfach mal nieder. Krass Reaktion. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, Dressrosa ist in allgemein an Spanien angelehnt. Was so den Aufbau angeht, anscheinend, so wie ich es gelesen habe, sind auch einige Teile aus Dressrosa wirklich spanischen Städten übernommen. Kann ich nicht sagen, ich war einmal auf Fuerteventura und das war es alles, was ich jemals von, ansatzweise von Spanien gesehen habe. Ja, ich glaube, das war auch so im größten Teil alles, was es über Dressrosa sozusagen gibt, zumindest was mir noch so spontan einfällt. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, dieses Video hat euch gefallen. Was auch ganz cool wäre, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, wie das Ganze denn eigentlich mit diesem Mikrofon klingt. Ich habe jetzt nämlich mittlerweile drei Mikrofone hier rumliegen. Einmal das T-Bone SC440. Einmal, was ich bisher immer benutzt habe, mein Blue Yeti. Und jetzt habe ich neuerdings hier noch diesen Rode Podcaster. In den ersten Aufnahmen finde ich, der hier klingt ein bisschen besser als der Blue Yeti. Aber sagt doch einfach mal, wie findet ihr das? Soll ich weiterhin in Zukunft mit dem hier aufnehmen oder doch lieber mit dem Blue Yeti, was vielleicht einfach nur so ein ganz kleines bisschen hier angezeigt wird, weil das Ding hier steht halt schon wirklich extrem im Bilde, aber muss halt doch sehr, sehr gerade und sehr, sehr nah da reinsprechen. Weil wenn ich nur so ein bisschen weiter weggehe, hört man mich kaum mehr. Ja, ganz komisch. Wenn euch das Video auf jeden Fall gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und vergesst nicht, einmal meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr auch in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao. Wo ist der Ausschalter? Ich muss ganz souverän wirken. Aufsander stoppen.